Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe gestern sehr konzentriert Herrn Lindner und Herrn Laschet im Rahmen der Haushaltsdebatte zugehört, als sie auf New Park zu sprechen kamen. Und das ist ja nicht ganz einfach. Der Hovenjürgen hat das eben auch gemacht. Das sind eine Reihe von Behauptungen über Gespräche, wie sie gegeben seien, wo man nicht bei war, die man nicht recherchieren kann. Aber Herr Lindner hat gestern eine bemerkenswerte Bemerkung gemacht, und da konnte ich recherchieren. Er hat gesagt, Frau Ministerpräsidentin, wir kennen das ja schon genau an diesem Standort New Park, das ist 15 Jahre her, da gab es bundesweiten Suche von BMW nach einem neuen Standort. In Frage kamen auch die Rieselfelder dort in der Emscher-Lippe-Region. Und dann hat Bärbel Höhn hier im Landtag, ich erinnere mich noch an die Debatten, sie hat alle Register gezogen, damit BMW nicht auf die Rieselfelder in die Emscher-Lippe-Region geht und da ein neues Werk aufbaut, sondern woanders hingeht. Das war die Aussage. So, jetzt erinnere ich mich ja auch an die Diskussion. Und ich erinnere mich an die Versuche, Johannes Remmel zum Lord Voldemort der Planungsarbeit hier in NRW zu machen. Und dann habe ich den Mitarbeiter gebeten, einmal zu recherchieren, einmal zu recherchieren, wie das tatsächlich gewesen ist damals mit BMW. Am 13.07.2000 hat BMW öffentlich bekannt gemacht, dass sie ein neues Werk bauen, weil in Paffenhofen die Kapazitäten nicht ausreichen. Daraufhin haben sich 250 Standorte europaweit beworben. Ich habe alle Protokolle des Jahres 2000 durchsuchen lassen, alle Reden von Bärbel Höhn, die hat 16-mal geredet, 19-mal. Nicht einmal war BMW hier im Landtagsplenum Thema. Frau Höhn hat da gar nicht so geredet. Wir haben es im Wirtschaftsausschuss gehabt. Also so viel zu der Wahrheitsgehalt der Behauptung, die die FDP aufstellt. Und die Landesregierung hat damals drei Standorte mit Priorität angemeldet. Staatssekretär Bickenfeld hat das auch damals vorgetragen im Wirtschaftsausschuss. Das waren die Rieselfelder mit Priorität 1. Und das war an Nummer 2 Euskirchen. Die Standorte, die ja schon mehrfach in der Diskussion waren. Am 25.07.2000 ist die Bewerbung der Emscher-Libbe-Agentur abgegeben worden. Und am 8.11. vier Monate später kam die Absage von BMW, was die Rieselfelder angeht. Null Debatte mit Höhen, alle Behauptungen falsch, aber immer vorgetragen. Das Spannende ist aber, jetzt habe ich einen Kronzeugen, den ehemaligen FDP-Landtags-Kollegen Dr. Jens Jordan. Vielleicht erinnern sich einige von Ihnen noch. FDP, MDL. Und die Quelle ist Datteln am Morgenpost 23.11. Ja, Sie müssen sich das schon anhören. Wenn Sie immer die Behauptung machen und den Brustton der Überzeugung hier irgendwas hinstellen. Und wenn man dann mal dem hinterhergeht, dann stimmt nichts davon. Und dieser Kollege der FDP hat in der Sitzung dann gesagt, BMW ist wegen der kommunalpolitischen Querelen gegangen, nicht wegen was anderem, weil zweimal der Stadtrat in Datteln die Ansiedlung konditioniert abgelehnt hat. Das ist die Realität gewesen. So, einfach nur, ich komme auch gleich noch auf Herrn Laschet, nur weil Sie immer Behauptungen aufstellen, die in der Sache nicht stimmen. Fakt ist, das ist mehrfach gesagt worden, wir haben vier Standorte für landesbedeutsame, flächenintensive Großvorhaben. Das sind Standorte, wenn der industriepolitische Jumbo kommt, dann wollen wir bereit sein, und das, was wir alle wollen, wir wollen die Arbeitsplatzansiedlung möglich machen. Wir wären auch froh gewesen, wenn BMW gekommen ist. Dass Sie letztendlich sich entschieden haben, nach Leipzig zu gehen, hat mit der Förderkulisse im Osten zu tun und hatte nichts damit zu tun, dass Sie von der Landespolitik nicht gewünscht waren. Die Landespolitik wollte sie haben. Und wir haben vier Standorte. Datteln-Waltrop mit 330 Hektar, Euskirchen-Weilerswiss 220, Gallenkirchen-Lindern 240 und Grevenbruch-Neurad 300. Die haben wir schon lange. Und das ist genau das Spiel. Josef Hovenjürgen stellt sich hin und sagt, kein Gebiet ist genehmigt und fertig. Fünf Jahre waren Sie in der Landesregierung. Armin Laschet war Minister in der Landesregierung. Alle Gebiete sind so konsens- und vorbereitet. Drei sind im Eigentum eines Besitzers und können, und das ist politisch gewollt, tatsächlich an den Markt gebracht werden. Und die Landesregierung Schwarz-Gelb hat in den fünf Jahren an dem Zustand dieser Fläche nichts geändert an der Stelle. Und es ist klar, wir wollen Sie, wir wollen Ansiedlungen. Es ist auch keine große Ansiedlung in Nordrhein-Westfalen wegen einer Standortfrage, die wir hätten beeinflussen können, nicht gekommen, sondern wir wollen Sie. Wir wissen genau, dass wir diese industriellen Arbeitsplätze brauchen. Und Armin Laschet hat gestern eine bemerkenswerte Bemerkung gemacht gegenüber der Ministerpräsidentin. Er hat gesagt zum Verkauf der New Parkfläche, egal wie ihr das Recht anwendet, da habe ich schon aufgehört, weil die ganze Diskussion rund um New Park, ja, indirekt hat er zum Rechtsbruch aufgefordert, um das ganz klar zu sagen. Doch, so war es. Ja, in aller Ruhe. Ja, es wird noch besser. Herr Kollege Prägen, ich bitte einen Moment um Ihre Aufmerksamkeit. Herr Präsident ist so nett und hält die Zeit an, wenn Sie sich aufwinden. Ja, es gibt gleich eine Frage, aber ich möchte zunächst Herrn Minister Remmel bitten, auch bei einer solchen Debatte sich etwas zurückzuhalten. Wir haben das Thema gestern schon einmal gehabt, das von Seiten des Präsidiums eingegriffen werden musste, weil Mitglieder der Landesregierung in dieser Form diese Debatte eingegriffen sind. Ich bitte Sie sehr herzlich. Ich bitte die Mitglieder der Landesregierung, das nicht zu tun. Und nun gibt es eine Frage vom Kollegen Schemmer. Würden Sie die zulassen, Herr Kollege Prägen? Ja, natürlich. Kollege Schemmer. Herr Prägen, Sie hatten gerade angesprochen, indirekt zum Rechtsbruch aufgefordert, Richtung Herrn Laschet. Ich hatte eigentlich aus der Diskussion, die wir vorgestern hatten und auf der Art, wie teils wahr, teils weniger wahr Fragen beantwortet worden sind, den Eindruck, dass versucht wurde, Recht zu finden, um die Verträge zu unterlaufen. Meine Frage daher, stellt sich die Frage, wie man denn Recht bewegt, nicht gerade von dieser Landesregierung und von Minister Remmel gesucht wurde, um auf jeden Fall den Kauf durch den Kreis Recklinghausen kaputt zu machen. Herr Kollege Prägen, bitte schön. Ich will versuchen, Ihnen eine Antwort zu geben. Der Kollege Laschet hat ja nicht nur diesen ersten Satz bemerkenswerterweise gesagt, sondern dann hat er noch gesagt, wir haben das Gleiche erlebt bei Datteln. Damit wollte er den Eindruck erwecken, dass auch bei der Planung des Kraftwerks Datteln hier von der Landesregierungsseite aus der Prozess torpediert wurde. Da kann ich nur sagen, der Kollege Laschet war im Kabinett und ich erinnere mich noch sehr gut über die Diskussion über alle Kraftwerksstandorte. Es geht um das Kraftwerk Datteln, für alle, die es nicht kennen, in direkter Nachbarschaft von New Park, was im New Park hätte gebaut werden können, weil das ein ausgewiesener Atomkraftwerksstandort war, aber nicht an dem Standort, wo man es unbedingt wollte. Und da ist Laschet in der Landesregierung zugegangen, er hat ja hier auch stellvertretend damals für Christa Toben dazu sogar geredet, die sind zugegangen und haben einen Planungsprozess genauso gemacht. Wir wollen das dahin haben, also lassen wir das laufen, egal wie das Recht aussieht. Und dann ist das Oberverwaltungsgericht Münster und nicht der Kollege Remmel zugegangen und hat denen, die geplant haben, ins Stammbuch geschrieben, dass es, ja, Kollege Hoven, hier im Geduld, Sie waren auch dabei, Sie waren dabei und Sie kennen das. So, dann hat das Oberverwaltungsgericht Münster ins Stammbuch reingeschrieben, dass es hier einen Abwägungsausfall gegeben hat. Und dann muss man erklären, es gibt bei Planungen immer die Notwendigkeit abzuwägen, wie hier, zwischen den Interessen der Landwirte, den Interessen des Kreises und anderen. Und in dieser Abwägung müssen Sie dann eine Entscheidung treffen. Das hat die Regierung gemacht, damals beim Kraftwerk Datteln. Man kann in der Abwägung Defizite haben, man kann Fehler haben. Das OVG hat gesagt, einen Abwägungsausfall. Das kannte ich überhaupt noch nicht, weil jede Verwaltung abwägt. Das ist nicht gemacht worden. Und diese Aufforderung, genau so vorzugehen, macht die Landesregierung bei diesem Projekt nicht. Wir haben ja die Konsequenzen aus dem Murks, den Sie da gemacht haben, heute noch zu ertragen. Sie wären nicht müde, uns das vorzuwerfen, aber Sie haben die Verantwortung. Die Landesregierung ist klar, die Landesregierung hat im LEP diese Festlegung. Daran halten wir uns. Und ich kann auch persönlich sagen, ich wünsche dem Kollegen Dün und der Landesregierung Erfolg bei der Ansiedlung. Wenn ich mir was wünschen dürfte, würde ich sagen, Kollege Dün, die neue Fertigung des elektrischen Passats mit 400 Kilometer Reichweite als neuer Standort für die Autoindustrie, von mir aus wirklich gerne als CO2-freies Autowerk hier von Volkswagen in Datteln. Ja, und ich wäre nicht nur derjenige, der Ihnen und Remmel den roten und grünen Teppich ausrollt. Ich würde auch den ersten Wagen bestellen aus der ersten Reihe, wenn wir es schaffen würden. Also insofern, ja, schaffen Sie es, lassen Sie uns das hinkriegen. Aber, Kollegen Wurgen, Jürgen und andere, machen Sie sich doch nichts vor. Ich kenne doch die Melodie, wie sie jetzt angelegt wird. Das Planen an diesem Standort ist außerordentlich komplex. Wir wissen, die, die die Region so ein bisschen kennen, wissen um die hohen Emissionsvorbelastungen aus den drumherum liegenden Kohlekraftwerken und aus der Kupferhütte. Wir wissen genau, wie schwierig es war, dafür zu sorgen, dass Lünen, das Kraftwerk Lünen die Genehmigung kriegte, indem es einen Handel machte, mit der STEAG auf ihr Kraftwerk in Herne zu verzichten. Dafür kriegten die Finnen die Betriebsmannschaft bei Lünen abgezogen und STEAG übernahm das. Nur so konnte man das zulässige Emissionslimit einhalten. Und für jede Ansiedlung, die dahin kommt, muss man wissen, in diesem schwierigen Gelände, wo immer wieder geklagt wird in dem Konflikt zwischen Emission und Beeinträchtigung, wird das nicht einfach. Insofern meine ich das wirklich so. Wir können gucken und wir werden unterstützen, dabei da was hinzukriegen, was herausragend ist, aber es ist nicht einfach. Herr Kollege, es liegt eine Zwischenfrage des Kollegen Dr. Pappke vor. Ja, bitteschön. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Bringen, dass Sie die Frage zulassen. Nachdem ich Ihnen aufmerksam zugehört habe, würde ich gerne zum Kern des Problems zurückkehren und Ihnen die Frage stellen, ob Sie die mehrfach öffentlich getätigten Äußerungen von Herrn Minister Remmel teilen, dass das Projekt überflüssig ist. Herr Remmel hat ja in herzerfrischender Offenheit immer wieder deutlich gemacht, dass er persönlich das Projekt New Park für überflüssig hält. Mich würde interessieren, unabhängig von der Darstellung, die Sie dort gerade getätigt haben, ob Sie diese Bewertung, dass das Projekt überflüssig ist, teilen. Also, Herr Dr. Pappke, danke für die Frage, aber als erstes traue ich Ihnen nicht mal mehr genau wie dem Kollegen Lindner zu, dass eine Behauptung, dass er das gesagt habe, überhaupt stimmt. Das kann ich in der Kürze nicht recherchieren. Die Bemerkung von Lindner konnte ich gestern recherchieren, insofern glaube ich Ihnen das überhaupt nicht. Ich habe Ihnen sehr klar eben unsere Position und auch meine persönliche dazu gesagt. Recht, und das ist die Vereinbarung in der Koalition, wir wären froh für jeden guten Arbeitsplatz, den wir da hinkriegen. Ich will aber auch nicht verhehlen, um das ganz klar zu sagen, es gibt nicht nur diesen einen Standort. Wir sind in der Pflicht, und wir haben so viele Flächen, um die wir uns kümmern. Wir haben uns zu kümmern um 170 Hektar bei Opel in Bochum. Wir haben uns zu kümmern, das macht Montan Grundschutzgesellschaft sehr gut, um 11.000 Hektar, die aus der Steinkohle Zug um Zug zur Verfügung stehen. Wir haben uns zu kümmern, ja, das wollen Sie alles nicht hören, weil Sie nur der Regierung ans Zeug flicken wollen, aber wir machen die Arbeit, und wir kümmern uns da drum. So, und wir haben uns zu kümmern um den Strukturwandelsprozess im rheinischen Braunkohle, wie wir, wo an den Standorten in Frimmersdorf, in Weißweiler, beim Goldenberg, wo nach Entscheidung des Unternehmens aber sukzessive Hektarflächen frei werden. Wir reden über mehr als 400 Hektar. Und auch da müssen wir dafür sorgen, dass jetzt etwas eingeleitet wird, damit wir keine Brüche hinkriegen. Und darum kümmern wir uns. Ihnen geht es nur darum, denen, die die Arbeit machen, ans Zeug zu flicken. Das ist in Ordnung, das ist politischer Wettbewerb. Aber die Regierung ist handlungsfähig. Die Fraktionen tragen das, und die Regierung kommt zu vernünftigen Ergebnissen. Und das machen wir an der Stelle auch. Herr Kollege, es liegt eine Zwischenfrage des Kollegen Hegemann vor. Würden Sie das sagen? Herr Kollege, Sie wissen, dass die Vorbelastung für Datteln 4 aus zwei Kraftwerken bestand, nämlich Datteln 3 und Knepper. Sie wissen auch, dass die beiden geschlossen sind mittlerweile, dass das also keine Argumentation ist. Aber jetzt die Frage an Sie, sind Sie bereit, mit Ihrer Meinung, und ich unterstelle mal, das ist alles ehrlich gemeint, und die gesamte grüne Fraktion steht hinter Ihnen, auch nach Recklinghausen zu fahren und den Grünen in Recklinghausen erklären, dass sie nicht weiterhin von einer Lebenslüge sprechen und nicht davon sprechen, mit allen Mitteln diesen JUPAC zu verhindern. Ihre Mitgliedschaft ist doch so übersichtlich. Sie kennen sich doch alle. Das wäre doch wirklich jetzt hilfreich, wenn Sie hingehen würden. Also, erstens, Herr Hegemann, Ihre, bevor Sie gefragt haben, einleitende Bemerkungen über die abgeschalteten Uraltblöcke in Knepper und die ganz, ganz alten Blöcke, die in Datteln auf der anderen Kanalseite sind. Das ist ja nur ein Teil. Wenn Sie die Gerichtsurteile kennen, und der BUND war erfolgreich mit der Klage in Lünen beim Europäischen Gerichtshof, dass die Naturschutzverbände gehört werden müssen. Und er war bisher zusammen mit dem Landwirt erfolgreich mit den Klagen bei Datteln. Und alle, die da planen, und wir haben ja mit vielen geredet, weil es macht keinen Sinn, dass eine Milliarde Kraftwerksbau in der Gegend rumsteht und nicht nach vorn oder hinten gegangen werden kann. Es macht auch keinen Sinn, dass die Triane mit einem Gemeinschaftskraftwerk das Geld investiert und nicht laufen kann. Mal abgesehen von der Sinnhaftigkeit dieser Kraftwerke überhaupt. Alle, die da gebaut haben, die Sie in die Investitionen getrieben haben, weinen heute bittere Tränen, dass sie Ihnen auf den Leim gegangen sind. Ja, die Stadtwerke Dortmund und die Stadtwerke Münster machen zweistellige Millionenverluste pro Jahr. Und RWE will jetzt tatsächlich den Stadtwerken für einen Euro ihre Anteile am Block 2 in Hamm abkaufen. Das ist die reale Situation. Sie haben sie in Investitionen gehetzt, die unsinnig waren. So. Und alle Diskussionen, alle Diskussionen, die wir hier zu führen können, kann ich gerne an jedem Standort, an jedem grünen Ortsverband führen. Das habe ich jetzt irgendwie 25 Jahre gemacht, da habe ich auch keine Angst. Auch mit Ihnen zusammen, Herr Higemann. Ganz herzlichen Dank. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Herr Wüst, das war aber eindeutig ein großkoalitionäres Angebot. Anders kann ich das nicht sehen. Also wenn Sie die SPD auffordern, an der Stelle mit jemand anderem die Regierung zu bilden, bleiben nur Sie. Was für mich faszinierend ist, der völlige Verzicht der CDU auf eine eigene profilierte inhaltliche Politik in allen Bereichen, aus reiner Armut. Und dann jetzt schon hier, mein Gott noch mal, Sie sind in Berlin in der Großen Koalition an vielen Ständen, aber jetzt schon hier, anderthalb Jahre vor der Landtagswahl, unten über den Fußboden nach drüben gehen und sagen, wir wären auch zufrieden, wenn wir neben Hannelore sitzen dürfen. Mein Gott noch mal, wo ist eigentlich bei Ihnen noch Würde? So, und an den Kollegen Müller, Hans-Peter Müller, Sie haben recht. Ich habe eben Datteln-Waltrop in den Diskussionen über Datteln. Der Rat der Stadt Waltrop hat am 21. September 2000 und am 26. Oktober 2000 negativ votiert. Und das hat offensichtlich dazu geführt, dass in der Standortfrage, weil jedenfalls ein Grundeuskirchen an die Priorität rutschte und New Park rausfiel. Ich will Ihnen aber auch eines sagen, es hilft nichts, es hilft überhaupt nichts. Und Sie, als jemand, der im Rat in Datteln Verantwortung hatte, bei allen Genehmigungsschritten, die zum Kraftwerk führten. Es hilft nichts, mit solchen Tiraden gegen BUND und anerkannten Naturschutzverbände und andere vorzugehen. Man kann sich das Recht nicht bieten, wie man will. Das OVG hat es Ihnen ins Stammbuch geschrieben. Und wenn man eins lernt aus der ganzen Geschichte, dann, dass man gut beraten ist, sorgfältig abzuwägen und auch zu sehen, welche unterschiedlichen Interessen es gibt. Sonst wird das wieder ein Kampffeld. Und da kann man sich, ich verstehe das ja, man kann wünschen, man kann wollen. Aber eine gewisse Präzision im Handeln ist an der Stelle auch nötig und allen Beteiligten gut angehören. Dankeschön. Vielen Dank.